So, eben noch eine junge Naiv-Folge live abgedreht und schon beschäftigen wir uns jetzt mit dem Faschisten, also mit Amerika, sorry. Hans, wie geht's dir? Good day. Ja, hallo. Ich hab ja ausschlafen können, nach einer durchwachten Nacht. Ja, ich hab bis 5 Uhr mir den Kram angeguckt. Ich auch. Und musste nun um 8.30 Uhr, hat der Wecker wieder geklingelt. Ja, du bist jung, du kannst das ab. Ja, ja, lange Nacht. Also für mich ist es eine lange Nacht. Ja. Also, wenn es letztes Mal eine Shitshow war, von Biden und Trump, was war es diesmal? Es war gemäßigt und wenn das schon als großer Erfolg gewertet wird, ja, du sagst dann, war lame, war langweilig. Nee, ich reagiere nur auf dich. Ach so. Ich fand es ganz unterhaltsam. Ich fand es auch unterhaltsam und wenn man jetzt nicht nur guckt, hat Krawall stattgefunden oder nicht, sondern A, was war denn jetzt an inhaltlicher Debatte zu erleben und wie positionieren sich die beiden? War da irgendwas Neues dabei? Es war von den inhaltlichen Punkten nichts wirklich Neues. Das kann man aber auch nicht erwarten, zwei Wochen vorm Wahltag. Aber was eben doch nochmal deutlich wurde, wie sie sich selbst positionieren, in welcher Rolle sie sich selbst sehen und in welcher Rolle sie sich als Präsidentschaftskandidaten sozusagen im Finale im Endspurt präsentieren. Das sind zwei komplett wirklich auch konträre Ansätze in den Personen und in der Vorstellung, was und wie sie Präsident sein wollen. Und das wurde sehr deutlich. Ja, es gab auf jeden Fall eine Neuerung und die gibt es jetzt auch bei uns. Also falls Hans mich jetzt wieder nicht ausreden lässt, habe ich jetzt eine Fernbedienung und kann ihn ausmachen. Und das haben sich Trump und Biden auch von uns abgeguckt. Wir haben vorher mit denen telefoniert, wie ich das machen will, dass Hans mich nicht mehr unterbricht. Und dann haben sie sich das abgeguckt und haben auch jeweils Trump und Biden ausgemacht, das Mikro ausgemacht, während der andere geredet hat. Ja, beziehungsweise immer nur in den Passagen, in diesen eingangs zwei Minuten zu jedem Themenkomplex, wo sie ungestört reden sollten, da war der andere Mute, also leise geschaltet. Ansonsten hätte die Moderatorin, die Kristen Welker, Congratulations, die wirkliche Gewinnerin des Abends war, die hätte auch jederzeit die Möglichkeit gehabt, nochmal zu unterbrechen. Und allein diese Möglichkeit des Unterbrechens hat dazu geführt, dass Trump für seine Verhältnisse außerordentlich diszipliniert sich verhalten hat. Naja, wir haben es wieder so gemacht, wir haben uns so circa 10 Minuten Highlights aus der gestrigen fast 90-minütigen Debatte rausgesucht. Ja, es waren 19 Minuten. Ja, es waren 19 Minuten, ne? Ja, ihr könnt euch, wenn euch das wirklich interessiert, den Scheiß, guckt euch das in Gänze an, gibt es überall im Netz. Auch mit deutscher Übersetzung. Ja, wer guckt sich denn eine deutsche Übersetzung an? Menschen, die nicht in den USA als Austauschschüler waren oder in anderer Weise. Hast du das mit deutscher Übersetzung geguckt? Nee, ich nicht. Warst du als Austauschschüler in Amerika? Wenn du mich hättest ausreden lassen, dann hättest du den Satz gehört, Menschen, die in anderer Weise seit 30 Jahren permanent englisch sprechend unterwegs sind. Aber wir wissen ja von den Reaktionen sozusagen der Shitshow, dass da doch eine ganze Reihe von Menschen sind, die sagen, sorry, mein Englisch oder amerikanisches Englisch ist nicht so gut, dass ich das einfach verstehe. Deswegen wäre doch gut mit Übersetzung. Also wäre das, es ist doch verfügbar im Netz mit deutscher Übersetzung. Die gesamten anderthalb Stunden kann man dann nochmal nachhören und gucken. Wir hören uns die Originalklips an und die Debatte begann mit dem Thema Covid-19, der Corona-Pandemie und wir fangen mal an mit Trump, der dir jetzt, Hans, ein Versprechen macht in Sachen Impfstoff. We have a vaccine that's coming, it's ready, it's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. Also das hat mich gleich mal amüsiert. Operation Warp Speed. Schnell wie möglich, ne? Ja. Kommt das aus Star Trek? Ich glaube aus Star Trek, ne? Ich weiß es nicht. Das ist nicht meine bevorzugte Spielfläche. Auf jeden Fall hat er versprochen, in ein paar Wochen, Hans, wahrscheinlich sogar unter deinem Weihnachtsbaum, wird der Impfstoff liegen und dann hat sich die Moderatorin was gedacht? Da fragen wir doch mal nach, hat sie sich gedacht und hat nachgefragt. Hast du das als Clip da? Nein. Aha. Sie hat gefragt und wirklich clever, professionell clever hat gesagt, oh, sie haben gesagt, Impfstoff ist bald da, für alle verfügbar. War das jetzt eine Garantie? Und dann ist Trump sofort zurückgerudert, musste er, nein, 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 Garantie nicht, aber die Chancen dafür seien außergewöhnlich gut. Typisch Trump. Ja. Biden ist mit so ein bisschen Game of Thrones in die Debatte eingestiegen. Der dunkle Winter kommt. Ja. Winter is coming. Ja. Komm jetzt, kennst du Game of Thrones? Ja. Wer von den beiden ist jetzt die Eis-Zombies? Das ist Biden. Ich glaube auch. Ja. Obwohl, diesmal wünschen sich alle, dass die Eis-Zombies gewinnen. Ja. Jedenfalls ein erheblicher Teil wünscht sich das. Alle ja nicht. Und Trump ist Joffrey? King Joffrey? Kommt hin, ne? Ja. Auf jeden Fall, also ich möchte es ja gern wieder in die Realität holen. Trump tut so, als habe Biden sozusagen die ganze Zeit im Keller verbracht. Ja, das kommt jetzt als nächstes. Ah, okay. Gut, dann lass das. Das, was du da siehst, meine Notizen oder meine Anmoderationsnotizen, Hans. Ja, da habe ich gar nicht hingeguckt. Ach so. Manchmal denken unsere Köpfe in ähnlichen Bahnen. Dann haben wir jetzt, willst du den nächsten Clip anmoderieren, wenn du das jetzt eh schon gemacht hast. Nein, ich weiß doch gar nicht, wie dein nächster Clip aussieht. Es geht um Bidens Keller. Okay. Okay. Er ist ja, also ich habe auch einen Keller. Ich wusste gar nicht, wenn ich einen Keller habe, dank meiner Wohnung, dass es mir schon sehr gut geht und ich kann mich an den Keller einsperren. Ja, und dabei irgendwie auch noch Geld machen. Also bei Trump ist sozusagen der Reflex, wo immer du gehst und stehst, irgendwie musst du Geld machen und sei es im Keller, Leichen ausbuddeln oder so. Und im Prinzip sagt er ja, ich fahre ums Land rum, trete vor 10.000, 20.000 Leuten auf und beiden sind im Keller und macht irgendwelche Videonachrichten. Ja, also genau. Trump, dem ja häufig vorgeworfen wird, er arbeite als Präsident zu wenig und gucke immer nur Fox News und sende Twitter und so. Jetzt hat er gesagt, ich als Präsident kann mir das gar nicht leisten, da faul rumzuhängen wie der Kerl da, sondern ich bin unterwegs, ich arbeite, ich nehme mein Amt wahr und deswegen konnte er ja auch sagen, ja, wir lernen jetzt mit dem Virus zu leben. Genau und das hört man ja auch von anderer Stelle immer wieder, aber ich fand Bidens Reaktion auf diesen Learning to live with it, wir müssen lernen damit zu leben, die weiß nicht spontan. Die haben seine Berater, das haben sie sich vorher überlegt, aber es kam ziemlich gut. Also das war mein erstes Highlight, wenn ich jetzt Bidens Fan wäre, würde ich sagen. Boah, geil. Ja, er hat das, was er hat das Vorbereitete in einem guten Timing eingesetzt. Das ist jetzt auch für einen Germanisten doch auch interessant, ne? Also genau der Gegensatz, we're learning to live with it und er macht daraus, we're learning to die with it. Ja, also dadurch, dass er das Grundmuster dieses Satzes, der Aussage benutzt, wir lernen damit zu, so, und Trump sagt, ja, wir lernen damit zu leben und er sagt, nee, wir sind dabei zu lernen, damit zu sterben. Dadurch verstärkt er die Fallhöhe zwischen diesen beiden Begriffen und was… Beide haben aber recht. Beide haben recht, ja. Was Biden hier wieder macht und auch das ist ein Teil seiner Vorbereitung, er adressiert an dieser Stelle sehr direkt wieder das Publikum. Er spricht in die Kamera und sagt zu den Leuten, es geht um euch Leute. Es geht um den freien Stuhl, den ihr vielleicht am Frühstückstisch habt, weil da ein Familienmitglied, das da sitzen sollte, nicht mehr da sitzt. Also er geht sehr direkt an die Amerikaner ran, er adressiert sie sehr direkt. Das hat in der ersten, im ersten Duell, in der Shitshow… Hat er noch öfter gemacht, fand ich? Aber ich hätte ja gedacht, dass Trump es diesmal auch macht. Hat er wieder nicht gemacht. Nee, weil er das nicht kann. Nee. Weil er das nicht kann. Trump kann das nur, wenn er sich, er macht das ja bei seinen Rallys, also bei den Wahlkampfauftritten, da adressiert er immer sehr direkt seine Community, weil er weiß, das ist seine Community. Und Biden adressiert, und das ist sozusagen der fundamentale Unterschied zwischen den beiden, Joe Biden sagt immer, ich will der Präsident aller Amerikaner sein. Also er tritt auf als der große Unifier, als der Vereiniger, während Trump eindeutig als der Präsident für seine Community auftritt. Und weil er nur für seine Community auftritt, ist es für Trump unmöglich, sich in diesem Format dann sozusagen an alle zu wenden. Wie das so aussieht, wenn Joe Biden genervt ist von dem, was Donald Trump so sagt. Hören wir jetzt. Not that many of you are going to die, so don't worry about it. So don't worry about it. Come on. When last time he said what he paid, he said, I only pay that little because I'm smart. I know how to game the system. Come on. Come on, folks. Come on, Hans. Ja. Hör auf zu nerven. Das ist übrigens eine der rhetorischen Schwächen von Biden gewesen in dieser Debatte. Ich weiß gar nicht, wie häufig er dieses Come on eingebaut hat. Das ist, hast nicht häufiger, gefühlt kam mir das 40 Mal vor. Aber das ist eigentlich eine Verlegenheitsfloskel, die er da macht. Also echt jetzt. Wenn du dauernd sagst, echt jetzt, dann demonstrierst du auch, dass dein Gedanke oder dein Inhalt an dem Punkt zu Ende war. Und das hat Biden zu häufig, also wirklich zu häufig gemacht, als dass man es nicht hätte merken können. Nächstes Thema Wall Street. Biden hat einen guten Punkt gebracht, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Die New York Times hat da nämlich was berichtet, wie Trump versucht hat, die Börse und die Börsianer so ein bisschen vor Corona zu warnen. Ich fand aber Trumps Antwort auf den Wall Street Vorruf natürlich auch nicht schlecht, weil der stimmt natürlich auch. Ich habe dir 30 Sekunden zu antworten, und dann werden wir gehen. Der Wall Street, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass jemand von Wall Street ging. Du hast all die Geld von Wall Street. Ich nehme dich. Ich habe. Du hast viel Geld, viel Geld, viel Geld, viel Geld. Das ist wahr. Und jederzeit, viel Geld, viel Geld sind. Ich könnte so viel Geld mehr als Präsidenten und als jemand der kennt die meisten dieser Leute, ich könnte die Heads von Wall Street, die Heads von jeder Unternehmen in Amerika. Ich würde alle Rekord, aber ich würde das nicht machen, weil ich mich in eine bad position. Und dann, wenn du bringst Wall Street, dann sollte ich mich nicht bringen. Ja, war ein guter Punkt. Es stimmt auch. Biden finanziert sich anders als Bernie Sanders nicht mit Kleinspendern, sondern der nimmt schon gerne das große Geld. Aber Hans, wenn du jetzt so 10 Millionen quasi von Goldman Sachs Managern bekommst, das ist eine ganz normale Unterstützung. Die erwarten da nichts. Nein, natürlich nicht. Kein Unter-der-Hand-Deal oder irgendwie, ey, du machst die Regulierung so, wie wir das wollen. Das ist, die wollen einfach nur Trump loswerden, oder? Die wollen beides. Und das ist, wenn Trump dazu sagt, ist das natürlich auch ein Stück weit, das sind saure Trauben. Er weiß ganz genau, dass er als Präsident nicht hingehen könnte zu den großen Firmen und sagen, los, du unterstützt mich. Er wird indirekt natürlich auch unterstützt. Indirekt. Davon kannst du ausgehen. Der hat Ihnen ja wirklich die größten Steuersenkungen und Steuergeschenke aller Zeiten gemacht. Natürlich, aber nicht mit den Spenden, die verzeichnet werden müssen. Deswegen, wenn Trump sagt, ich könnte das ja machen, ich könnte, wenn ich das wollte, dann würde ich deine Einnahmen oder deine Spenden toppen ohne Ende. Aber er kann es nicht. Und deswegen ist das wieder so ein Stück weit, und das wurmt ihn, das ist ein Stück weit eben auch saure Trauben. Trauben, die zu hoch hängen, werden dann für sauer erklärt, sodass man sie ja gar nicht haben will. Nächstes Thema war Election Interference. Gibt es wieder böse Mächte in der Welt, die sich in Amerika einmischen? Und natürlich, Hans, es ist lustigerweise immer dieselben, also dieselben, die auch bei uns im Verfassungsschutzbericht stehen, die Russen und die Iraner. Surprise, ne? Surprise. Na ja, mich wundert. Ist jetzt nicht abwegig, aber es ist lustigerweise immer die, die gerade auch die Erzfeinde sind, dass es da auch mal andere gibt. Who knows? Ich fand es aber lustig, wie Trump, was Trump zu Russland und Iran gesagt hat, weil, Hans, die mischen sich ja vielleicht ein, ja, aber nicht für ihn. Now, about your thing last night, I knew all about that. And through John, who is John Redcliffe, who is fantastic, he and I, he said, the one thing that's common to both of them, they both want you to lose. Because there has been nobody tougher to Russia, between the sanctions, nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions, between all of what I've done with NATO, you know, I've got the NATO countries to put up an extra $130 billion going to $420 billion a year. That's the guard against Russia. I sold, while he was selling pillows and sheets, I sold tankbusters to Ukraine. There has been nobody tougher on Russia than Donald Trump. Während Biden Kissen und Decken verkauft hat, habe ich Panzerbuster an die Ukrainer verkauft. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. An wen hast du eigentlich nichts verkauft? Ich wollte gerade sagen, was nicht... An Russland. Ja, was nicht stimmt ist, dass er das eingesetzt hat, um Russland sozusagen in die Schranken zu verweisen, sondern das war direkte Förderung von US-Rüstungsindustrie. Wie jeder andere Präsident zuvor. Wie jeder andere Präsident zuvor auch. Aber das, ich meine, das ist schon eine ziemliche Rutzpe, das zu verkaufen. Niemand ist tougher gegen Russland als ich, weil ich dafür sorge, dass die NATO anders finanziert wird. Meinst du jetzt, meinst du, dass geopolitisch Obama oder Trump schädlicher für die Russen war? Die waren in unterschiedlicher Weise, haben sie beide nicht geschadet. Wem? Die Russen? Den Russen. Du hast gefragt, ob Biden oder Trump schädlicher für Russland waren. Nein, nein, ob Obama oder Trump. Achso, ja eben. Ich beide. Ich habe gesagt, beide. Achso. Beide waren in unterschiedlicher Weise nicht besonders schädlich für Russland. Obama unter anderem deswegen nicht, weil er Russland gedemütigt hat, als Regionalmacht verspottet hat. Und das hat natürlich die russischen Selbstbehauptungskräfte und die Präsenz auf der Weltbühne sozusagen befeuert. Wenn einer sagt, du bist doch nur eine Regionalmacht, dann zeige ich dem, dass ich es nicht bin. Und Schwupps waren sie in Syrien. Unter anderem, ja, sie haben diese Gelegenheiten genutzt. Und das war sozusagen der Effekt von Obama. Wenn du jemanden reizt und diskriminierst und demütigst, der in der Regel wird dann nicht sagen, ja, du hast ja recht und ich begebe mich jetzt mal in die kleine Rolle, ganz im Gegenteil. Also mit dieser Demütigung hat Obama den russischen Widerstand, wenn man so will, und die russische Präsenz geostrategisch gestärkt. Und Trump hat es in anderer Weise gemacht. Wir kommen wieder zurück zum Geld. Und Trump behauptet jetzt, bevor wir das sehen, dass Biden Millionen von Dollar aus Moskau bekommen hat. Ja, dreieinhalb. Vom Bürgermeister sparen wir uns alles. Und Biden stellt aber noch mal eine Sache klar, Hans. Ich habe noch nie einen einzigen Cent von einem Ausland angenommen. Jetzt ist es ja so, du weißt ja, wir waren ja vor vier Jahren im Wahlkampf in Amerika, in Pennsylvania, unter anderem auch, wo Joe Biden gesprochen hat. Da haben Tyler und ich uns ausgedacht, wir schenken Joe Biden ein Teddybär. Wir haben in den Teddybär ein Ein-Cent-Stück versteckt. Ich bin zu Joe gegangen, habe ihm das in die Hand gedrückt, er hat es mitgenommen. Dementsprechend, Joe, du hast gerade gelogen. Wenn du dich selber als Foreign Force bezeichnen möchtest. Ich bin ein Ausländer, er hat gerade von ausländischen Kräften gesprochen. Wir sind doch ausländische Kräfte. Von ausländischen Mächten, du bist keine ausländische Macht. Und wer weiß, ob er den Teddy nicht umgehend an ein Waisenhaus gespendet hat. Nee. Tyler meinte, beim Rauchen hat er gesehen, wie er den Penny aus dem Bär genommen hat. Donnie in der Mitte gesteckt hat. Selbstverständlich. Das sind die Fakten. Das sind die Fakten. Wir kommen zum American Empire. Und Joe Biden, sagt euch mal, wie sich als demokratischer Präsident das anhört, wenn es darum geht, nach den amerikanischen Regeln auf der Welt zu spielen. Wir haben die Regeln gemacht und entweder haltet ihr euch dran oder nicht. Und dann bekommt er die Sanktionen. Es ist aber schon mal ein Fortschritt, dass er nicht sagt, wenn ihr nicht da mitmacht, dann fallen dann Bomben. Es ist schon mal ein Fortschritt. Aber das ist Empire at work. Natürlich. Ja, er ist ja nun anders als Trump das gerne zu verkaufen versucht. Ist er ja nicht direkt ein Linkssozialist? Nichtssozialist. In welcher Partei, wenn Joe Biden in Deutschland in der Partei wäre, welche Partei wäre er? Ich vermute, er wäre in der FDP. Nein, CDU. Wer weiß. Das ginge beides. Dann gibt es ja auch Schnittmengen. Kommen wir wieder zu Joe Biden. Ich fand, er hat einen richtig guten Spruch gebracht, weil es ging mal wieder um die beiden Familien von Trump und Joe Biden. Dann gingen wir auch um Hunter und den ganzen Müll. Hatten wir letztes Mal schon besprochen. Da ist einiges dran, einiges faul. Aber das, was Trump daraus macht, ist Gaga. Und über Trumps Familie brauchen wir jetzt auch nicht reden. Ich fand aber Bidens Spruch dazu gut. So muss man das machen. Ja, so muss man das machen. Und diese Szene hat mindestens zwei interessante Side-Aspekte. Das eine ist, er kommt dir so ein bisschen ins Stottern. Und es gibt eine hervorragende Dokumentation, die du vielleicht auch nochmal verlinken solltest. Werden wir verlinken? Von PBS, ja. Ja, vom PBS, die sozusagen diese beiden Persönlichkeiten Trump und Biden in ihrer biografischen Entwicklung aufzeigt. Und Biden war in seiner Kindheit ein Stotterer. Er hat sich das ganz mühsam und erstaunlich erfolgreich abtrainiert. Aber in Stresssituationen, und das war eine solche Stresssituation, kommen kleine Elemente davon wieder zum Vorschein. Das war hier sozusagen zu erleben. Und das Zweite ist, das finde ich jetzt hier aber auch bemerkenswert, so clever er das macht, zu sagen, Wähler, es geht doch nicht um die Biden- oder um die Trump-Familie, sondern es geht um eure Familien. Dabei unterschlägt er nämlich, dass es da, wo es kritisch darum ging, um die Geschäfte der Biden-Familie, vor allem seines Sohnes, er hat ja gesagt, wir haben keinen Penny gekriegt. Und er hat die Moderatorin gefragt, rückblickend betrachtet, war da an den Geschäften von Hunter Biden irgendwas, während deiner Vizepräsidentschaft, war da irgendwas Kritikwürdiges? Und da hat Biden gesagt, nein, nein, kein ist geprüft worden, kein Penny ist falsch gegangen. Das war doch alles legal. Es war alles legal. Aber legitim. Und damit hat er aber auch deutlich gemacht, dass er die ethische Kritikwürdigkeit, dass hier jemand den Namen, mit dem Namen des Vaters, der Vizepräsident ist, Geschäfte macht, dass das bei Biden genauso, bei Trump wäre es genauso, aber dass das ethisch wirklich zutiefst kritikwürdig und hinterfragbar ist, das kommt ihm anscheinend gar nicht in den Sinn. Und das ist sozusagen die Folie, wo man sagen muss, ja, da nehmen die beiden sich bedauerlicherweise nicht so besonders viel. Die finden das beide okay, mit dem Familiennamen Kohle zu machen, wenn es denn dann die Möglichkeit dazu gibt. Apropos Familie, Joe betont auch immer wieder, wo er herkommt und wo er aufgewachsen ist. Kleines Beispiel. Scranton ist mir eingefallen, nicht nur, weil es auch Pennsylvania ist und wir da durchgefahren sind, sondern weil ich, Scranton kenne ich, Hans. Es gab so eine jahrelange, alte, schon Jahre her, eine Doku, eine Doku-Serie in Amerika, NBC, ging um so eine Papierfirma, Paper Company, Dunder Mifflin hieß die und die kommen aus Scranton. Und ich mache es ja immer so, wenn ich weiß, wo ein Mensch herkommt und weiß, was da für andere Menschen sind, dann kann ich den Menschen einschätzen. Also das ist für mich viel wichtiger, wenn ich weiß, dass du aus Niedersachsen kommst, dann weiß ich, oh Gott. Und ich brauche da jetzt nicht so viele Sympathien dafür, weil er halt nicht aus Mecklenburg kommt. Das ist mir immer sehr wichtig, wo jemand herkommt. Und bei Scranton, da weiß ich jetzt. Das gilt umgekehrt übrigens auch. Genau, aber bei Scranton weiß ich jetzt anhand dieser Doku, die ich jahrelang verfolgt habe, was Biden für eine ist und die Menschen, die dort leben und arbeiten, sind Idioten. Also, da werden sich jetzt alle Scrantoner drüber freuen, über dieses Pauschalurteil. Ja, wie gesagt, die Serie ist acht Jahre gelaufen. Ja. War das eine... War das eine Doku? Das war echt. Ja, also es war nicht geskriptet. Nein. Ah ja. Weil Serien, naja. Das war auf PBS, glaube ich, so eine wirklich echte Serie. Naja, vielleicht würden das Menschen, die eine Serie aus irgendwo einem... Hans, ich bin Journalist. Ich weiß, wann ich verarscht werde und wann etwas echt ist. Und das war echt. Ja. Ja, es ist immer gut, Menschen in einer Stadt, einer Community pauschal als Idioten zu bezeichnen. Ja, ich kann dir gerne... Es gibt wahrscheinlich auch DVDs von dieser Doku-Serie und zeige ich dir mal. Dann wirst du sehen. Joe Biden kommt aus einem Ort, wo Idioten leben. Ja, nur Idioten. Nur Idioten. Nur Idioten. Also, die, die ich in der Serie immer wieder gesehen habe, sind alles Idioten. Ach so, die Serie hat also 100% der Einwohnerschaft von Scranton abgebildet? Ja. Ah ja, dann muss das ein sehr kleiner Ort sein. Das kann sein. Ist ja seine Strecke, wenn er den erwähnt. Ja. Ich habe recherchiert. Ja, du hast recherchiert. Du hast... Wie viele Einwohner hat denn Scranton? 450. 450. Und die waren alle in der Serie? Alles Idioten? Naja, die Hälfte hat ja wahrscheinlich bei dieser Papierfirma gearbeitet und der Rest war mit denen verheiratet. Wir machen weiter. Du rätst dich um Kopf und Kragen. Ja, wir machen weiter. Die Leute, die die Serie kennen, wissen, was jetzt passiert ist. Wir gehen jetzt von Scranton nach Pyongyang zu Kim Jong-un und Trump beschreibt mal, warum eigentlich kein Krieg ausgebrochen ist zwischen Nordkorea und Amerika. Er hat gesagt, wir wären in einer Krieg mit Nordkorea. Guess was? Es wäre eine Krieg nuklear. Und er hat vieles Nuklear-Kapabilität. In der meantime, ich habe eine sehr gute Beziehung mit ihm. Different kind of a guy, aber er wahrscheinlich denkt das gleiche über mich. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Und es gibt keine Krieg. Auf der Oberfläche ist das ja schön. Er versteht sich gut und deshalb ist kein Krieg ausgebrochen. Dazu ist aber wichtig, der Satz, bevor der Clip anfängt, der war nämlich, dass Trump sagt, ja, ich habe ja eine Stunde lang mit Obama bei der Amtsübergabe im Oval Office gesessen. Und da hat mir Obama gesagt, das größte Problem sei Nordkorea und die größte Angst ist, er befürchtete einen Krieg und zwar einen Nuklearkrieg. Und diesen Nuklearkrieg haben wir nicht, sondern wir haben eine gute Beziehung. Also, sagt Trump damit, ich habe hier Millionen von Menschenleben gerettet, dadurch, dass ich die persönlich gute Beziehung zu Kim Jong-un habe und der von Obama so sehr fast unvermeidbar befürchtete Nuklearkrieg nicht eingetreten ist. Und ich fürchte, Trump glaubt tatsächlich, dass das so ist. Ich glaube, er glaubt wirklich, dass er durch sein Verhältnis zu Kim Jong-un verhindert hat, dass ansonsten Nordkorea die USA mit einem Nuklearkrieg überzogen ist. Hans, der Kim Jong, der hat dem Donald halt erzählt, wenn du jetzt nicht hier wärst, dann hätte ich jetzt eine Bombe geschmissen. Ja. Und das glaubt Donald doch. Ich fürchte, ja. Biden hat dann auch nochmal dazu was gesagt. Oh ja. Ich kann sagen, wir hatten eine gute Beziehung mit Hitler, bevor er in fact invadete. Europa. Der Rest der Europa. Komm schon. Hitler. Ja, historisch nicht richtig. Herr Biden. Die USA hatten keine besonders gute Beziehung zu Hitler und da war das Roosevelt damals. Hatten sie nicht. Aber auch keine besonders feindliche. Nein, natürlich nicht. Bis, glaube ich, die Japaner angegriffen haben und dann Deutschen sich sowohl darin. Ja, ja. Also damals, damals hat die USA eben noch nicht in der Weise wie heute auf der politischen Weltbühne mitgespielt, sondern sich eher rausgehalten. Also da hat Biden ein Bonmot gemacht. Das war aber historisch einfach auch nicht korrekt. Dann fand ich eine gute Szene, wird wahrscheinlich bei keinem Wähler oder Wählerin irgendwas geändert haben, aber nochmal zur Grenze zu Mexiko oder Mexi-USA, Mexiko. Da auch in deutschen Medien, als Kinder in Käfige gesteckt wurden an der Grenze, wurde ja immer wieder das mit Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump verbunden. Die Frage, die die Moderatorin stellt, ist, es gibt ja immer noch, die wurden ja wieder geöffnet, aber es gibt immer noch 500 Kinder, deren Eltern nicht auffindbar sind. Und da wurde Trump gefragt, okay, was sagen Sie, was machen Sie mit den Kindern? Er macht daraus jetzt eine andere Antwort, aber das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und es ist richtig, was Trump jetzt sagt zu den Käfigen. Und das stimmt ja. Ja, Obama und die Biden-Administrationen haben dort aufgerüstet. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, die haben die Käfige gebaut und du hast sie da reingesteckt. Ja. Das sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Ja. Aber Donald Trump, seine Administration hat damit nicht angefangen, diese unmenschlichen Zustände an der Grenze herbeizuführen. Das stimmt. Und trotzdem ist es keine Entschuldigung für Trump, so Menschen zu behandeln. Ja. Und die Frage nicht zu beantworten. Ja, und es war, ich weiß nicht, ob du das als Clip noch spielst. Es kommt jetzt noch einer über die Abgeschobenen, weil er ist ja ganz stolz. Ja, wenn wir die Leute abschieben, Hans, wenn wir die Leute abschieben, weißt du noch, kennst du noch den Prozentsatz, wie viel davon es nochmal probieren? Ähm, nee. Er sagt ein Prozent und jetzt hört mal genau zu, welche Menschen, er klassifizierte jetzt, welche Menschen es trotz abgeschoben worden seien, nochmal probieren. Präsident Trump, your response. Ja, ich glaube, da spricht er darüber. Ähm, die Dummen. Ja, Moment. Die Dummen probieren es immer. Nein, nein, nein. Da geht es, glaube ich, nicht darum, dass die es nochmal probieren, sondern ich glaube, es ging darum, man fängt sie ein, man lässt sie frei und sagt, dann müsst ihr aber zu eurer Verhandlung erscheinen. Nee, nee, nee. Er hatte davon gesprochen, die werden abgeschoben, wieder ins Land zurückgebracht und ein Prozent und das sind die dümmsten, die probieren es aber nochmal. Also, ich habe eine andere Analyse gelesen, weil mir das da auch klar war. Ich habe die Analyse gelesen, dass die, es würde ja keinen Sinn machen, wenn Trump jetzt sagt, nur ein Prozent probieren, nachdem sie abgeschoben wurden, nur ein Prozent ganz doofe, die probieren nochmal reinzukommen. Das wäre ja für ihn ein Erfolg. Genau. Ja, aber das macht er ja nicht, sondern. Das ist aber seine Behauptung. Seine Behauptung ist, 99 Prozent der Abgeschobenen kommen nie wieder und ein Prozent probieren es und die sind die Dummen. Nein, ich glaube, das müssen wir dann nochmal checken, ich glaube, es ging darum, wie viele derjenigen, die festgenommen werden und man lässt sie dann raus und sagt, ihr müsst aber dann, wenn euer Case ist, eure Gerichtsverhandlung ist, dann müsst ihr erscheinen. Und dann sagt er, da kommt aber nur ein Prozent von denen, die erscheinen müssten zur Gerichtsverhandlung und zwar nur die ganz doofen. Die anderen probieren es illegal nochmal und tatsächlich, deswegen komme ich da drauf, ist es so, dass 70 Prozent derjenigen, die zu einer Gerichtsverhandlung kommen, müssten dann tatsächlich auch erscheinen. Aber gut, da müssen wir jetzt intern nochmal. Ich habe ihn so verstanden, die, die abgeschoben wurden, ein Prozent davon und das sind dumm aus seiner Sicht, die Lower Qs. Probieren es wieder. Es ist jetzt nicht entscheidend. Ne, es ist nicht entscheidend, aber Catch and Release ist eben nicht abschieben. Nicht ganz, Tyler steht hinter der Kamera, der kennt diese Dokumentationsserie aus Pennsylvania mit aus Scranton, dann der Mifflin, das war doch eine sehr seriöse Serie und ich meinte gerade, man weiß, wenn man kennt diese Leute aus Scranton und Biden kommt da ja auch her, dann weiß ich auch, was Biden für ein Typ ist und es gibt eigentlich nur Idioten in Scranton. Erinnerst du dich an diese Serie, die wir auch lange geguckt haben? Tyler guckt skeptisch. Gut, aus Tyler-Sicht sind das alles keine Idioten gewesen. Das hat er auch nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt, es sind vielleicht nicht alles Idioten gewesen, das war ja deine Behauptung. Er sagt vielleicht, ich sag definitiv. Ich schicke dir mal die ersten Staffeln und dann kannst du dir selbst ein Bild machen von Joe Bidens Heimat. Ja, am besten machen wir mal einen Betriebsausflug dahin, wenn man wieder darf. Ja Hans, du, wir wollten dich letztes Mal auch schon mit in Amerika nehmen. Was ist da passiert nochmal? Da habe ich kein Visum gekriegt. Warum? Weil ich irgendwann mal in Mogadischu gewesen war und somit... Mit Terroristen wieder Tee getrunken habe? Ja, unter starkem Terrorverdacht stand. Starke Szene jedenfalls jetzt von Joe Biden zum Thema struktureller Rassismus. Leute, das ist, also für uns, wenn der in Deutschland wäre, wäre der eine CDU. Stellt euch mal einen CDUler. Stellt euch mal einen SPDler. Stellt euch mal einen Grün vor, der diesen Satz jetzt sagt. Stellt euch mal einen Städten. Stellt euch mal einen Städten. Stell dir mal vor, bei einem Kanzlerduell sagt einer der Kandidaten, du, wir haben hier institutionellen Rassismus. Das würde, also heute im Jahr 2020 und ich behaupte auch nächstes Jahr bei der Bundestagswahl, wird wieder jemand aus der CDU, aus der SPD, von den Grünen, von der FDP, vielleicht bei den Linken, von institutionellem oder strukturellem Rassismus in Deutschland sprechen. Ja, wobei ich auch glaube, dass die Verhältnisse in den USA tatsächlich auch andere sind. Es ist auch eine andere Gesellschaft. Übrigens in dem Clip, das war genial, in der Regie dieser Sendung, sie haben, das haben sie ganz selten nur gemacht, einen Umschnitt gemacht, wo man links den sprechenden beiden sah und rechts die Moderatorin, die eben People of Color ist. Also eine dunkelhäutige Moderatorin. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war, dass dieses Bild reingeschnitten wurde. Sie kam, glaube ich, auch nochmal ins Bild, als Trump dann über seinen Rassismus gesprochen hat. Ja, ja. As far as my relationships with all people, I think I have great relationships with all people. I am the least racist person in this room. They can say anything. I mean, they can say anything. It's a very, it makes me sad. Because I am, I am the least racist person. I can't even see the audience, because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. Das Ding ist, angenommen, da ist ein Baby, ein Baby im Publikum, dann ist das Baby doch am wenigsten rassistisch als er, oder? Kommen wir jetzt bloß nicht mit Logik. Ich bin da am wenigsten rassistische Mensch in diesem Raum. Ja, und das ist, und auch da glaube ich wiederum, dass Trump das in dieser Sekunde, wo er es sagt, tatsächlich glaubt. Also er konstruiert sich sein eigenes Weltbild im Verlauf des Sprechens. Und das macht ihn so stark, in Anführungszeichen, in sich, weil der Selbstzweifel ist ihm einfach wesensfremd. Und es ist gleichzeitig ein solch objektiv nachweisbarer Unsinn. Das wurde auch hinterher gleich getweetet und in anderen Social Media Zitate von Trump, die sowas von rassistisch sind. Wie er sich darüber beschwert, dass das unerträglich sei, dass Menschen, dass das Farbige seine Steuererklärungen oder Rechnungen prüfen. Also das geht seit im Grunde seiner Kindheit oder frühen Jugend, ziehen sich rassistische Äußerungen einfach durch seine Biografie. Und dann zu sagen, ich bin der am wenigsten rassistische Mensch in diesem Raum, angesichts einer dunkelhäutigen Moderatorin. Es war herrlich, lustig. Also ich habe laut losgelacht. Hat mich nochmal wachgemacht um 4.30 Uhr. Auch lustig fand ich, warum Trump, oder Trump hat begründet, warum er eigentlich 2016 oder 2015 in den Wahlkampf gegangen ist. Warum er Präsident werden wollte. Halte ich fest. Ich finde das aber einen geilen Spruch eigentlich. Ja, da ist ja auch was dran. Da ist ja auch was dran. Vor allem das Wahlergebnis bestätigt, dass da was dran ist. Denn der für viele Menschen, damals zumindest, überraschende Wahlerfolg von Trump hat etwas damit zu tun, dass die Leute der etablierten Politik einfach überdrüssig waren. Und sie waren überdrüssig, weil die den Job nicht so gut gemacht hat, wie sie ihn hätte machen sollen. Nur was Trump, also da hat Trump historisch gesehen sozusagen auch auf eine schräge Weise recht. Nur was er hier macht, wenn wir eben, I look at you, you're a politician. Ich gucke auf dich, du bist ja so ein Politiker. Was ist er denn selbst? Ein Präsident ist doch ein Technokrat, oder? Ja, ein Präsident, der immer noch so tut, als sei er der Underdog und nicht der Politiker, der irrt sich über die Realität oder würde dadurch klar machen, dass er seit vier Jahren dieses Amt nicht ausfüllt und ausführt. Weil ein Präsident, der sagt, ich bin aber kein Politiker, macht damit deutlich, ich nehme dieses Amt nicht so wahr, wie es wahrgenommen werden müsste. Denn Präsidenten der Vereinigten Staaten sind Politiker. Was denn sonst? Aber es ist eine Erfolgsformel. Also der aktuelle ukrainische Präsident hat das auch so gemacht. Ja. Ich bin kein Politiker. Ja. Und ist dann auch unter anderem deshalb gewählt worden. Jetzt ist ja Trump Präsident. Ich weiß nicht, ob der Spruch jetzt noch so wirkt. Eben, das ist der Punkt. Also man kann mit so einer Attitüde erfolgreich reingehen. Man muss sich dann aber schon drüber im Klaren sein, wenn, ich sage es mal so, wenn jemand als Nichtraucher Vorstand einer Tabakfirma wird, dann kann er nicht mehr sagen, Leute, ich habe jetzt aber mit Tabakrauchen nichts zu tun. Man kann mit einer solchen Attitüde reingehen und sagen, ich will vieles anders machen, aber man ist dann Teil des Systems. Apropos System. Joe Biden hat auch dafür gesorgt, in den letzten 30 Jahren, dass viele junge Männer, insbesondere dunkelhäutige, schwarze Männer in Knast gelandet sind für kleine Drogendelikte. Darauf wurde er angesprochen und erstens räumte ein in den 80er, 90ern. War ein Fehler. Tut jetzt so, als ob er da nur mitgestimmt hat. Er war ja teilweise, hat das Ding halt geschrieben. Er hat das mit forciert. Aber was er jetzt sagt zum Thema Drogen. Ja. Auch wieder die Frage an dich, Hans. Würden wir so einen Satz nächstes Jahr von einem aus der SPD, CDU, von den Grünen vielleicht FDP hören? Vermutlich eher nicht. Ja, das war eine von den nicht so ganz vielen glasklaren Äußerungen und auch Verhaltensweisen, wo sich dann doch auch Charakterunterschiede der Persönlichkeiten deutlich machen. Ich kann mich an keine einzige Trump-Äußerung erinnern, wo er sagt, rückblickend, da habe ich einen massiven Fehler gemacht. Das räumt Biden hier ein ums andere Mal ein. Also das Gesetz, das Menschen auch mit kleinsten Drogenmengen sofort in den Knast wirft, und dass das ein Fehler war und ist, das räumt er einfach ein. Und das ist so einer der Unterschiede zwischen den beiden. Und ja, du hast recht, das ist auch eine progressive Äußerung. Für keinerlei Drogendelikte mehr Knast. Jedenfalls, wenn es nur der Drogendelikt ist. Ja, das ist ja selbstverständlich, das ist ja heutzutage auch so. Also wenn einer mich mit einer Knarre bedroht und nebenbei Drogen hat, dann... Ja. Das ist ja klar. Aber Drogendelikte haben in Treatment, wie heißt das auf Deutsch, Behandlung. Du musst dann in Behandlung gehen. Drogenbehandlung oder so weiter, aber du landest nicht mehr im Knast oder vor Gericht. Ja. Dann, ich glaube, so heimlich war das eigentlich meine Lieblingsstelle, das Thema Klimaschutz und insbesondere Windkraft. Willst du es nochmal anmoderieren? Ohne jetzt den Joke zu verraten? Ich würde ihn verraten. Ah, Hans. Und, by the way, the fastest growing industry in America are, is, is, is the electric, the, excuse me, solar energy and wind. He thinks wind causes cancer, windmills. We are energy independent. I know more about wind than you do. It's extremely expensive. Kills all the birds. It's very intermittent. Got a lot of problems. And they happen to make the windmills in both Germany and China. And the fumes coming up, if you're a believer in carbon emission, the fumes coming up to make these massive windmills, is more than anything that we're talking about with natural gas, which is very clean. Mmh. Natural clean gas. Ja. Also ich weiß, ich verstehe mehr von Wind als du und von Windmühlen sowieso. Sie töten alle Vögel. Ja, wenn es denn so ist. Oh Gott. Aber jetzt wollen wir beiden ja nicht so gut wegkommen lassen. Nö, überhaupt nicht. Den hat er jetzt mal verdient zum Thema Fracking. Fracking ist ja die dreckigste und umweltschädlichste Methode, Erdgas zu fördern. Joe, sag doch mal, wie du zu Fracking stehst. Would you rule out banning Fracking? I do rule out banning Fracking, because the answer, we need, we need other industries to transition to get to ultimately a complete zero emissions by 2025. Fracking, naja. Er will halt, er möchte halt in Pennsylvania gewählt werden, Hans. Er will da, er will da gewählt werden und. Aber das entspricht aber auch seiner Position. Ja. Also er hat ja auch in den Vorwahlen, wenn, keine Ahnung, Bernie und Warren gesagt haben, hier Fracking muss ganz aufhören. Er hat immer nur, er hat immer nur gesagt, ich will keine neuen Fracking-Genehmigungen für staatseigenes Land, also für Bundesbesitz. Bundes, ja und das ist ganz, ganz klein. Ja, ja, ja. Also er versucht sich da irgendwie so in der Mitte durchzumogeln. Und das funktioniert nicht, der, wie ich finde, aber bedeutsamere Teil seiner Aussage zur Energiewirtschaft kommt, glaube ich, noch. Nö. Nö? Ach so. Das war, das war ja das, was er letztes Mal schon gesagt hat. Das hatten wir schon besprochen. Das, naja, nö, dass, dass, dass er sagt, ich will der, den fossilen Energien, vor allem der Ölindustrie, die Unterstützung entziehen für eine Transition, für eine Übersetzung. Das war in der Deutlichkeit neu, das hat Trump dann gleich so, ah, habt ihr gehört? Ja, eben. Ja, 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 das, das war in diesem, in diesem Kontext. Könnte aber auch ein Eigentor sein, weil dadurch vielleicht einige, die gezweifelt haben, jetzt Biden wählen zu gehen, wegen seinem scheiß Klimaschutzplan. Ja, aber da muss man, aber da muss man dann eben sagen, in dem Punkt war er eben doch ein Stück näher an Bernie Sanders dran, als man das früher gedacht hatte. Und jetzt kann man nicht sagen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also wenn man von ihm verlangt, nimm mal das, was bei uns Energiewende heißt, ernst, dann bedeutet das auch, du musst die Unterstützung für die fossilen Energien, vor allem für die Ölindustrie, zurückfahren. Punkt. Ja, und das, das kündigt er an und das ist sozusagen für Trump, er hofft, dass das die rettende Munition in letzter Minute wird. Zum Schluss? Ja. Also angenommen, angenommen, wir bekommen schon ein aussagekräftiges Ergebnis am 3. November, wer wird's? Was sagt dein Herz und was sagt dein Kopf? Mein Kopf sagt, ich kann es einfach nicht einschätzen, weil es ist so anders, das US-Wahlsystem und auch das Wahlverhalten als bei uns. Also wir haben, A, es zählt eben nicht das Public Vote, sondern es zählt die Zahl der Wahlmänner und da dann wieder und Frauen vor allem in den Swing States. Das sieht im Moment so aus, als würde in den, als hätte Biden da auch die Nase vorn. Aber das, ich weiß nicht, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Trumps Strategie und das wurde in der letzten Antwort auch nochmal deutlich, wenn du es nicht hast als Clip, da muss ich das kurz sagen. Die letzte Frage war. Ich wollte mich auf zehn Minuten begrenzen. Ja, die Frage war richtig gut gestellt. Sie fragte nämlich, was würdet ihr denn, angenommen, ihr werdet gewählt in eurer Inaugurationsrede sagen und dann hat Biden tatsächlich wieder in die Kamera gesagt, ich will euer Präsident sein, ich will euch alle repräsentieren. Also sozusagen der Vereiniger, der Unifier und Trump ist überhaupt nicht drauf eingegangen, hat kein Wort gesagt, was er sagen würde in der Inaugurationsrede, sondern hat das gemacht, was er die ganze Zeit gemacht hat und gesagt, wenn ihr den wählt, dann geht es bergab, das wird ein Desaster, dieses Land wird geschlossen und so weiter. Und das zeigt eben auch nochmal, in welchem Modus er sich befindet und dass Trump glaube ich im Moment eher sich so ein bisschen fühlt, wenn er das zu sich selbst durchdringen lässt, dass ihm die Fälle davon schwimmen, was er dann aber natürlich nur als bösartige Verschwörung von Fake News, Fake Media und Deep State ansehen kann. Das Herz sagt, es wäre besser, wenn Trump nicht wieder Präsident wird, weil es geht nicht nur darum, was ist mit Ökonomie oder so, sondern es geht auch darum, werden Staat und Gesellschaft in den USA weiter auseinandergekeilt und getriftet, werden Institutionen und Demokratie und Gesellschaft lebt von institutionellen Abläufen weiter zerstört. Wie Trump das macht oder nicht, aber das werden die Amerikaner entscheiden müssen und ich weiß wirklich zu wenig darüber, wie die so im Einzelnen ticken. Meine letzten Worte sind, ich mag dein Herz. Bye bye.